So Leute, jetzt machen wir noch mal eine Runde im Weltraum mit Fesi und der Hochzeitskarell. Denn wenn wir noch ein Rennen gewinnen, bekommen wir ein Ticket, um ein Highlight aus dem Abzug zu beten und das wird dann auf das Pedagone. So Leute, jetzt machen wir noch ein Rennen. So Leute, jetzt machen wir noch ein Rennen. So Leute, jetzt machen wir noch ein Rennen. Haha Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jawohl, wenn ich den Ball ziehe, dann war ich... Oder? Jawohl... NEIN! Ah, das ist ein Schiff. Oh, eine Scheiße, verdammt. Oli. Oh, das ist ein Schiff. Oh, das ist ein Schiff. Ja, das ist ein Schiff. Nein. Oh, das ist ein Schiff. Oh, das ist knapp. Oh, das ist knapp. Das sieht ja eher so schlecht aus, aber wir haben es geschafft. Jawoll! So, jetzt bekommen wir unser Ticket und den Preis der Premium-Triss-Mission, dass wir alles geschafft haben. Tadaa! Das Rad würde aufhören. Das schlägt wieder zu. So, jetzt nochmal, ob wir mit dem Ticket Stiefhoch-Triss-Kar erweitern können. Mal gucken, wo ist das. Das ist unser Auto. Ja, so wie der Auto ist, jetzt sehe ich einen Wald vorleiter Bäume. Das ist doch wieder schön. Okay, jetzt fehlt also noch eins. Fisitze eins, verbessern. Wir brauchen zwei, um das zu verbessern. Das ist natürlich die Ticket. Wir müssen in den Shop gehen. Wird er eins kaufen? Ne. Das ist mein Gebästchen. Was so aufregend wäre. Ich kann mal hier einmal Glück versuchen. Nur einmal. Ich weiß nicht, dass wir mal was schön ist. Ich weiß nicht, dass wir mal was schön ist. Ah, Mann. Ja gut. Dann kaufen wir noch hier für 10.000 Kompierflieger. Oh, das ist so was der Goldpitch. Und was ist so? Ja. So. Und was dazu. So. Untertitelung des ZDF, 2020